Neulich bin ich mit 120 und mein Fahrrad rumgefahren Und wie immer konnte ich nur hoffen, dass die Bonsai mich nicht an Denn dann müsste ich Strafe zahlen, und man fühlt mich zum Verhör Und mein arm ist kein Fahrrad, steht alleine vor der Tür Die anderen hier sehen auch, als ich da überhaupt nicht umkomme Ich bin ein Fahrrad rumgefahren Ich bin ein Fahrrad rumgefahren Ich bin ein Fahrrad rumgefahren Nein, das ist doch nicht